Sie stellen sich überhaupt nicht vor, oder was? Nein, der Zugführer würde noch nicht nur seinen Namen nennen, wurde mir gesagt. Ist das richtig so? Können Sie das bestätigen, dass Ihr Zugführer nicht den Namen nennt? Können Sie nicht bestätigen? Sie müssen sich doch auch ausweisen können. Ja, da ist das so. 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 Die Gesichtserkennung, euch erkennen wir, wenn ihr nochmal zur Disco drüber geht, ihr werdet erkannt. Hoffentlich habt ihr immer eure Maske und Polizeiuniformen an. Aber als erstes, wenn alle weg sind, ne? Rechtssäcke! Guck dir das mal an! Guck dir mal da hinten! Guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Bei der nächsten Disco werdet ihr erkannt! Dazu steht ihr, oder was? Gesichtserkennung! Hier! Guck dir das an! Ja, ja! Wir lieben! Entsetzen durch! Schönen ist, dass Gesichtserkennung gibt. Recht freundlich, recht freundlich. Recht freundlich, recht freundlich, recht freundlich. Hauptsache, immer Uniform tragen demnächst. Das gibt's nicht. Die haben niedergeschlagen. Der blutet. Der hat überhaupt keinem was getan. Der hat keinem was getan, der hat nur gesprochen. Das ist verboten, das darf man nicht mehr in Deutschland. Holt den Arzt, Mensch! Das war nicht nötig. Er hat sich ja übertreiben, das war's. Die haben den K.O. geschlagen. das ist geil. Was ist geil? Das ist geil. das eigene Volk Heut. D. Wieso? Du geht doch weg. Wenn wir mal sehen, Ja, das ist Polizeigewalt. Ja, Lyus? Nehmt den nächsten Schlag nieder! Nehmt den nächsten Schlag nieder! Da, guckt mal! Stabile Seitenlage muss er, das ist K.O. Das gibt's nicht. Guckt mal hin! Guckt mal hin! Was die mit hier gemacht haben! Der blutet! Polizeigewalt! Wahnsinn! Das ist ja der Wahnsinn! Der liegt da und blutet! Der blutet! Ach, der wird den Arzt kriegen, nachdem er ihn zusammengeschlagen hat! Super! Super! Guckt mal hin! Guckt mal hin! Nichts ist als weich! Nichts ist als weich! Jetzt stellt das Auto davor, damit man die sieht! Schlag weiter auf rein! Wahnsinn! Der liegt am Boden! Der liegt am Boden! Der liegt am Boden! Da! Da! Ja! Die Polizeischule! Ihr seid auch nur Kanonen vor der Merktsicht! Die Flutte! Sie dürft aber sagen, bitte! Sie dürft einfach sagen! Sie sollten uns auch zusammenschlagen! Der Standantwurz-Gerden-Normer! Den haben sie einfach zusammengeschlagen! Er wollte nicht mitkommen! Ich hab von Anfang an gefilmt! Er wollte aber seine Personalen nicht rausgeben! Das stimmt nicht! Das ist eine Lüge! Dann ist die Gewalt einfach Relazidierungssache! Die Polizei hat sich ernst gemiesen! Sie werden nicht mehr! Der haben einfach nicht mehr! Der wird nicht mehr! Der wird nicht mehr! Das ist unantastbar! Alles Jungbullen, alles Jungbullen. Schlagende armen Mann zusammen. Leute, ihr seid keine Beamten, ihr seid nur Bedienstete. Haben Sie einen Notarzt bestellt? Haben Sie einen Notarzt bestellt, der liegt da hinten geblutet? Nur das ist bestellt.